Weißt du, hier aus der anderen Luft, an der Höhe. Ist gut. Jetzt kannst du fliegen, was du willst. Das kannst du normal auch nicht. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Aber dann kommt es gut. Wir haben ja noch einen kleinen Angriff. Und dann wird es neu. Und dann kommt es wieder zurück. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist viel mehr wieder. Gerade nicht mal einen Meter. Ich glaube, er ist der Magen. Jetzt dreht er ganz hoch. Bist du es auch jetzt? Ja. 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 Wenn du willst, kannst du nur Vollausschlag Rolle schliegen und Vollausschlag nicht. Ab der Stelle. Ja, das muss halt sehen, wie lange das dauert. Okay. Jetzt nicht. Jetzt vielleicht noch eine höhere Drehzahl, oder? Nein, das reicht. Das ist ja schon. Gut. Jetzt auf der Türme. Höher gedreht als bei mir jemals. Ja. Ja. Ja.